Hallo, hier ist der Mann von MoneyBank. Das ist die DAX-Handlerwiese für Donnerstag, den 16.07.2020. Und unser guter DAX hat sich seinen Rucksack aufgepackt, auf den Rücken gesetzt und sich mal vorsichtig nach vorne getraut. Auf, auf die nächste Stufe, ein Stückchen weiter an der Klippe entlang. Und es ist ihm gelungen. Und ich muss auch gleich dazu sagen, ich finde es verdächtig. Ich finde es wirklich verdächtig und auch auffällig, muss man so sagen. Auch auffällig, dass man hier gar keine Freudenschreie hört, dass man hier niemanden hört, der sagt, na, ich gehe jetzt long bis 13.05, ich gehe jetzt long bis 13.04, ich gehe long bis 13.02 oder bis 13.08 oder bis 14 oder wie auch immer. Ja, sieht man nicht. Ich komme im Zuckern, ein bisschen runter, fühlen sich wieder alle sofort bestätigt darin, eine Short zu suchen. Wir haben es heute auch wieder im Chat, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ich bin bei sowas immer, ich finde es halt leicht unhöflich, wenn jeder weiß, wie ich dazu stehe und mir das dann immer so unter die Nase zu halten. Dass man jetzt hier unbedingt all in gehen muss und am Ende ist es ihr Geld, wenn sie der Meinung sind, sie wollen das gerne alles verlieren und sie müssen es nicht vernünftig mit Traden versuchen, können sie das gerne machen. Aber vielleicht würde ich nicht einfach immer mir so unter die Nase halten oder zumindest, wenn sie es mir dann schreiben, vielleicht auch einfach ein bisschen die Vernunft dann walten lassen und nicht sagen, okay Martin, ich habe das alles gelesen, ich mache es trotzdem. Am Ende ihre Entscheidung, alles ihr Geld, für mich sind das dann immer so Sachen, wo ich mir sage, gut, das holst du dir, das Geld, da gehst du halt die Strecke noch lang mit. Wenn es so Idioten gibt, das muss ich dann auch so sagen, seien sie mir nicht böse, wenn ich das dann so sage, aber es ist halt einfach dumm. Also wenn ich mein Depot, mein Depot die Chance gebe, auf null zu fallen und das immer wieder mache, dann wird es das irgendwann holen. Das ist doch schade um die Kohle halt, Traden ist doch einfach vernünftig, ist es doch nicht so schwer. Es sind einfach ein paar Sachen, die man berücksichtigen muss und Risikomanagement gehört einfach mal mit dazu. So, wenn ich das mache, dann ist es doch nicht schwer, hier einfach ein paar Marken sich rauszusuchen, ein paar schöne Setups sich zurechtzulegen und dann einfach jeden Tag, jede Woche einfach ein paar Sachen zu machen. Und dann hat man am Monatsende was, was man sich auszahlen kann. Dadurch verzockt man nicht mehr den ganzen Tag das, was man auf Arbeit verdient oder durch irgendwelche anderen Einnahmen, sondern kommt in eine Situation, wo man einfach auch mal was zunehmen kann. Und also ich empfand das als schön, wo das das erste Mal losging, dass du halt nicht die ganze Zeit Geld verfeuerst, weil man dann auch erst mal merkt, was man eigentlich sonst mit Nebentätigkeiten eigentlich auch für Geld verdient halt. Wenn das in dem Moment halt durch Trading dann noch mehr wird. So und dann entsteht ja ein schöner Schwung, aber wenn ich dann das immer lese mit ach und all in und ach ich setze jetzt alles und alles oder nichts und ich habe keine Lust mehr und ich glaube, das klappt noch. Und Freunde, wirklich. Also das ist halt einfach, tut mir leid, wenn ich da den einen oder anderen vor den Kopf stoße oder auch beleidige. Aber es ist halt einfach mal nicht intelligent. Was soll ich da dann dazu sagen? Das ist eine super Idee. Daumen hoch, bitte mach weiter. Also es sind für mich wirklich immer so Warnsignale, wo ich sage, okay, wenn einer so denkt, denken immer mehrere so, das ist immer so. Es ist nicht nur einer, es sind mehrere. Und wenn hier noch viel zu viele Hort all in drin sitzen, wird wohl noch was nach oben kommen. In dem Sinne heißt es, und da bin ich jetzt ein bisschen abgestorben gerade, das wollte ich noch erzählen. In dem Sinne heißt es eigentlich, wenn er jetzt weiterläuft und wir sind im Ausbruch, wir haben neue Hochs bekommen, wir sind auf neuen Nach-Corona-Hochs. Also wir bestätigen quasi den Aufwärtstrend. Wenn da jetzt nicht die Leute kaufen, sondern alle nur gegen kaufen, ist schon noch Substanz da, um nach oben zu laufen. Donnerstage sind im Allgemeinen sehr seitwärts orientiert. Die schlagen oft zur Seite aus. Dafür haben wir eine Spanne, die sich jetzt hier natürlich recht breit stecken lässt. Das geht, orientiert sich wahrscheinlich ein bisschen am Mittwoch dran, wobei man da gucken muss, wie hier in der Nacht rauskommt. Das ist einmal unten der Bereich um 12.77. Der wird auch zum Donnerstag interessant. Das ist super Unterstützung jetzt von unten. Oben haben wir dann die 13.000, die 13.015 und darüber hinaus sogar hier so eine Pufferzone bis 13.200. Eben einfach, weil da die ganzen Shorts liegen, die man rausschmeißen könnte. Der Donnerstag hat erfahrungstechnisch dann erfahrungsgemäß eher die Eigenschaft, stark zur Seite zu ballern. Aber wir haben auch schon Donnerstage gesehen, die extrem krass in eine Richtung durchdrehen können. Das heißt, man muss sich so ein bisschen so eine Grenzen setzen. Wir machen das immer am Donnerstag mit der Donnerstagsregel, die wir immer bei uns früh rumschicken. Das ist leider eine Regel, die lässt sich erst am Früh tatsächlich erst ableiten. Das heißt, ich kann es Ihnen jetzt wirklich, also auch wenn ich es wollte, ich könnte es Ihnen jetzt nicht zeigen, weil diese drei Bereiche, an denen wir uns orientieren, diese liegen tatsächlich erst früh fest dann. Je nachdem, wo der Handel dann eben startet. So, und das richtet sich auch ein bisschen auf nach dem Bezug, wo wir rausgegangen sind. Das heißt, es geht nicht. Wichtig ist aber, dass man sich eben diese Punkte oben und unten festlegt. Und wenn der Markt darüber geht, muss man einkalkulieren, dass der Markt halt diese starke Trendbewegung durchschlagen kann. Und starke Trendbewegung heißt, Donnerstag kann auch mal 300, 400, 500 Punkte in eine Richtung laufen halt. Also das muss man im Hinterkopf haben, in dem Moment, wo irgendwo so eine obere Grenze rausspringt. Und ich würde sagen, diese obere Grenze kann man getrost bei 13.15 setzen. Ich hoffe, Sie haben alle Ihren Zettel am Bildschirm gehabt hier, dass bis dahin durchaus Potenzial auf der Oberseite ist. Im Chat bei uns auf der Seite hat man geschrieben, 13.15, also knapp als Anna an 13.000 dran war, haben wir geschrieben, den Zettel können Sie jetzt abmachen. Das reicht. Nicht, dass es einem dann so geht, wie es immer ist, dass der Markt einfach 10 Punkte vorher dreht und man war vielleicht 200 Punkte im Gewinn und dann läuft wieder alles rückwärts. Das war auch ganz gut, glaube ich, weil der hat das nicht mehr geschafft, obwohl die Chartlage eigentlich noch nach oben Platz gegeben hätte und hat dann auch ordentlich nach unten gerumpelt. Also da ging gut was nach unten weg, bis 8.60 nochmal zurück und ja, wo bin ich jetzt abgebrochen? Die 13.15 bleibt aber oben trotzdem wichtig. Die würde ich jetzt als Begrenzer sehen. Geht der Markt über 13.15 drüber und auch per Stundenschluss drüber, muss man zum Donnerstag einkalkulieren, dass er nach oben frei laufen kann halt. Also ich glaube eine 13.200 ist da nicht zu kurz gegriffen, das kann sogar mehr werden halt. Also das kann auch mehr werden halt. Wir haben, das ist ein heißer Tag, da stehen einige Sachen mit drauf, die da noch kommen. Es stehen einige, ja, es stehen einige wichtige Termine auf dem Kalender, Punkt. Gut, ne, und wenn er die 13.200 nicht nach unten zersäbelt, dann ist nach oben, ja, kann durchrennen. Der kann, der kann, der kann sich frei entfalten erst mal, weil er ist ja auf 9 hochs. Ne, also das kommt erst wieder bei, wenn sie den Tagesschart gucken, kommt erst wieder, oder Wochenchart ist das glaube ich, ne, kommt erst wieder hier diese Gap-Kante dann bei 13.300. Ne, das wäre noch eine Idee. Und dann haben wir hier oben so ein Gap-Kloss-Niveau bei 13.550. Aber so eine 13.300, mein Gott, wenn er richtig losrennt, kann er richtig losrennen. Ähm, dennoch gilt das, was wir hier auf der Oberseite jetzt sagen, natürlich aber auch auf der Unterseite. Unterseite würde ich eben die 12.77 festsetzen. Ne, das ist so für mich unten der Bereich, wo ich sage, okay, da ist vielleicht dann Finito, wenn er Schwäche zeigt, ne, wenn er sich schwach zeigt. Trotz, dass alle Short-Trainer sind, ab und an muss er die Leute ja auch mal einen Gewinn lassen. Also sollte er das tun, sollte er, ähm, sollte er hier unter 7.70 abtauchen, würde ich ihm auf der Unterseite eben den Spielraum geben, dass er dort richtig, richtig boxen kann. Ne, und es kann dann sein, dass wir hier, dass wir hier in die 6.40 nochmal reinlaufen. Und dann halt doch nochmal deutlicher wegrutschen, ne, weil dann haben wir hier zwei gleich lange Aufwärtsbewegungen etwa fertig. Das heißt, das wäre so eine, wie so eine kleine ABC, auch wenn es jetzt fachlich nicht richtig ist, wenn man nach LJ Wellen geht. Aber es ist ein dreiteiliges Korrekturmuster. Und, ähm, wenn er da jetzt nach unten reist, kann er viel Dynamik aufbringen halt, ne. Also, das würde auch zum Donnerstag passen. Ähm, deswegen hier auf jeden Fall aufpassen. Geht er da drunter, ist schon, ist schon ein bisschen Risiko im Chart, das muss man ganz klar sagen. Und dann könnten die Glück haben, die hier ihre Shorts all in aussitzen. Aber trotzdem, also, ich mach das nicht, um sie zu ärgern oder um jemanden bloßzustellen, vorzuführen oder zu beleidigen. Aber es ist halt einfach so, dass wir im Dienst das immer wieder mitkriegen, warum hören Leute auf mit Trading und warum, also, ja, das hängt direkt miteinander zusammen, ne. Warum zerstören sich Leute ihre Depots und hören dann auf mit Trading? Machen wir so rum, dann passt es zusammen. Das ist immer das Gleiche. Ja, ohne Stop oder zu viel oder maximalen Einsatz auf irgendeine Position, dann am besten noch auszupassen. Geld nachgeschossen und völlig verzockt halt, ne. Und heute haben wir da auch sowas bei uns im Chat lesen dürfen, von wegen, ja, ja, und dann muss ich bei meiner Schwester einziehen, wenn der Trade nicht klappt. Leute, also wirklich, ich will hier keine Therapiesitzung machen für, nee, bitte mit Vernunft. Also, ich empfinde es als respektlos, in der Form, in der wir uns oder ich mich auch jeden Tag hier hinsetze und Ihnen die Marken zeige. Ich will Ihnen sogar sagen, kleben Sie den Zettel da oben hin. 13.15 ist drin, wenn hier über der, der über 12.800 geht. Und wenn mir da einer sagt, er hat hier sein Short bei 12.800 ausgebaut und denkt, hier oben bei 13.000 ist der Land unter. Ja, Entschuldigung. Ja, das, ich will da, ich hoffe, das kommt nicht arrogant rüber, aber es ist nicht schwer. Aber man muss halt auch einfach das machen, was kommt und nicht sich nur selber im Weg stehen. Und wenn dann andere da sind, die helfen wollen, dann einfach mal auch drauf hören. Na, gut, Freunde. Ich muss echt aufpassen. Also, ich könnte nach einer Stunde jetzt hier ins Video reinreden. Ich muss mich da wirklich bremsen. Das sind immer wieder, das ist immer wieder die gleiche Scheiße. Ganz ehrlich, das ist immer, 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 immer wieder das Gleiche. Und das muss halt einfach nicht sein. Ne, das ganze Geld, was durch sowas immer rausgeht, wenn man das sammeln würde. Also, ich weiß gar nicht, wie viel da schon zusammengekommen wäre. Weil ich sollte mal hier irgendwie so einen Spendenverein oder eine Suchtberatungsstelle mit sowas füttern. Und einfach irgendwo mal sammeln. Gut. Also, back to the topic. Analyse. Wir haben gesagt, 77. Hier unten. 77. Hier unten bricht heraus. Risiko auf der Unterseite. Dazwischen erst mal seitwärts. Wir lassen die Analyse so stehen. Wir lassen auch den Pfeil so stehen. Das ist legitim. Das ist möglich. Das ist auch drin zum, zum Donnerstag. Das heißt, überreizt der DAX stark nach oben. Stundenschluss über 3 zu 15 und so weiter. Muss man ihm Platz geben. Muss man ihm Lauf geben. Ja, und da haben wir erst wieder den 13.200. Kann natürlich auch jederzeit immer vorher wegdrehen. Das ist, das, das ist jetzt nicht, nicht in Stein gemeißelt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Dass wir eben bis zum nächsten Widerstand springen. Und der ist dann bei 13.200. Ansonsten einfach ein bisschen mit der Stundenebene arbeiten. Das funktioniert Donnerstag auch immer ganz gut. Kommt eine starke, fette Konterkerze dann rein. Sollte man sich vielleicht erst mal aus der Positionierung zurückziehen. Abwarten, weil die oft eben lange Strecken gehen dann im Donnerstag. Das kann der Donnerstag. Schöne, lange Strecken gehen. Gut. Damit haben wir das hier klar. Haben wir das hier unten klar. Haben wir das hier unten klar. Immer diejenigen, die hier nicht vernünftig traden, fühlen sich hoffentlich noch mal ein bisschen ermahnt. Und bitte, nehmen Sie es mir nicht böse. Ich mache das, ehrlich gesagt, ich mache das wirklich nicht, um Sie zu ärgern. Oder weil das andere lustig finden, dass ich das erzähle. Nein, ich hoffe, ich helfe Ihnen damit. Das einfach bewusst dazu machen, was man für Fehler macht. Manchmal sitzt man davor und rafft es halt selber nicht, was gerade passiert. Und dann ist es gut, wenn ein anderer mal sagt, pass mal auf, das, was du machst, ist eigentlich total dämlich. Ne? Einfach, um das zu realisieren. Gut. Okay. Punkt. Ich mache jetzt hier aus. Das haben wir besprochen. Tagesschart sollten wir aber trotzdem noch ganz kurz reingucken. Weil, wir haben hier ein, was gesagt, die Bänder sind extrem nah aneinander. Und wir haben gesagt, wenn er sich dann auf irgendeiner Seite rauslehnt, kann er durchaus wieder richtig Strecke laufen. Das war das letzte Mal hier. Guckst du, da waren die Bänder so zusammen. Hier waren die Bänder so zusammen. Ne? Das ist etwa ein ähnliches Niveau. Und dann ist der Markt oben rausgestiegen. Und ist von 11.000 rum auf 13.000 gestiegen. Das heißt, er hat sich 2.000 Punkte rausgekämpft in dem Moment, wo er aus dem Band rausgegangen ist. Ich glaube nicht, dass es 2.000 Punkte von hier noch werden können. Aber, wir haben hier auch gesagt, jede grüne Kerze, die dann hier kommt, das haben wir die letzten zwei Tage in irgendeinem Video gesagt. Jede grüne Kerze, die hier am Band hochsteigt, ist im Grunde ein technisches Kaufsignal. Sprich, nach jeder dieser Kerze könnte man theoretisch sogar long aufbauen, stopp unter die Kerze und versuchen in der Bewegung mitzureiten. Das muss man jetzt nicht so machen. Und sollte man vielleicht auch nicht. Aber man sollte es im Hinterkopf behalten, dass es Kaufsignale sind. Untertäglich auch in den Mustern, die Sie sehen und die Sie traden. Also, dahingehend einfach ein bisschen aufpassen. Was hier auch sehr interessant ist, ist das linke Hoch. Da sind wir nicht per Tagesschluss drüber gekommen. Und er hat sich extremst dagegen gewehrt, per Tagesschluss drüber zu gehen. Also, wir haben Stand jetzt hier ein neues Hoch, aber wir haben es noch nicht bestätigt, weil der Tagesschluss da drüber fehlt. Das ist eine sehr interessante Situation, weil natürlich aus sowas heraus auch ein Doppeltop entstehen kann. Indem man das jetzt einfach nicht schafft und nach unten wegrutscht. Aber auch dafür bräuchten wir hier erst eine rote Tageskerze unter 12.800. Kommt die, hält er wieder ein bisschen Platz auf der Unterseite, um sich auszulaufen. Haben wir Stand jetzt nicht. Deswegen würde ich jetzt hier aus dem Tagesschart kein Short raus ableiten, sondern eher sogar eine Long-Chance. Okay, so. Und dann haben wir das hier noch. Wie gesagt, hier sind wir auf Kurs. Unten ist die 777, sehr interessant. Oben die 13.500. Im Idealfall pendelt er einfach dazwischen, hin und her und belässt die Entscheidung am Freitag, ob wir oben oder unten rausgehen. Und ansonsten wäre unterhalb von 800, beziehungsweise 777 Short dann wieder interessanter und über 13.500 eher der Long. Gut, kann ich noch irgendwas hinzufügen? Amerikaner, ja wackelig, finde ich persönlich. Also DAO sieht gut aus, aber Tech-Sector scheint ein bisschen Geld rauszufließen. Rein in Value offenbar. Müssen wir mal gucken, müssen ein bisschen beobachten, was die da drüben machen. Also das war zumindestens, ähm, hier oben, das war auch unruhig, ne? Der Dow Jones kurz vorm Tagestief und der DAX an der 13.000. Und zack, dann hat es erstmal wieder ein bisschen zurückgefedert. Müssen wir mal ein bisschen beobachten. Gut. Okay, gut, dann haben wir es zusammen. Analyse fertig. Ähm, Trading, Risikomanagement, Bewusstseins erweiternde Schimpfworte von meiner Seite. Und bitte, bitte nicht böse sein. Ja, ich, wirklich, ich versuche ihnen damit zu helfen. Wirklich. Ich versuche damit ernsthaft, den Leuten das auszutreiben, immer wieder das gleich zu machen. Weiß nicht, funktioniert. Weiß, die Leute immer nur dazu bringt, dass sie ihr Depot an die Wand hauen. Und dann nie dazu kommen werden, irgendwann mal zu sagen, hey, Trading ist eigentlich ganz cool. Ja, mit Trading kann man Geld verdienen. Sondern die stellen sich dann hinterher hin und sagen, ah, das funktioniert alles nicht, das alles tut das scheiße. Ja, na klar, wenn du scheiße handelst, kann auch nur scheiße dabei rauskommen. Das ist einfach so. Ne, und vor allen Dingen, wenn man gar nicht richtig handelt, sondern einfach zockt. Und man zockt und dann am Ende sich hinstellt und sagt, Trading ist Mist. Na, also, wer kein Risikomanagement hat, der handelt nicht richtig. Das ist einfach so. Punkt. Das gehört dazu. Das ist wichtig. Man muss mit Verlusten umgehen. Freunde, ich mache aus. Wünsche viel Erfolg. Gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Ciao.